Hallo Leute! Am 4. September 2013 spiele ich, und zwar in der Türkei, in Antalya. Und zwar im Antalya Konya Alte Açikawa Teatrozu. Ja gut, ihr müsst euch jetzt nicht merken, wie das Ding heißt, hauptsache ihr kommt. Einfach nach Antalya fliegen, bis ich besuchen komme. Da war ich letztes Jahr auch, es war sensationell. Es macht riesen Spaß. Antalya, Sonne, Türkei und ich mach die Gagstas. Also, wir sehen uns. Tschüss! Musik 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 Musik